herzlich willkommen hier bei mir dem flippo und zusi 3 der aerosoft edition mit der s3 denke ich mal oder es also auf jeden fall mit der s bahn der br 425 die strecke hannover hildesheim eigentlich soweit ich weiß sogar hannover hamburg und wieso aber hier in dem fall hannover hildesheim wir stehen jetzt hier in leerte west und müssen noch auf unseren zug warten ist man mal gucken auf jeden fall müssen wir hier ein bisschen die lautstärke noch anpassen mal gucken ob das klappt wenn ich dann nicht ich weiß gerade aktuell nicht wie okay wir sind drin so es geht jetzt dann auch sofort los in leerte west haben wir abfahrt um 48 also könnten denke ich mal theoretisch auch los mal alles überprüfen ja ich bin mal sagen wir können daten sie verdrücken wechselblinken 40 km h wo wo kommen die auf einmal her sicht sich genau das steht es eigentlich dürfen wir hier 120 aber dürfen in dem fall jetzt nur noch 40 oder 60 kommt die 13 wechselblinken und 1000 war glaube sogar 60 ne können es mal ausprobieren ja 60 ok steht auch so im buch verplanen so wir haben zwar hier auch unser unser fahrplan den können wir eigentlich auch nutzen war oder ich will erstmal gucken ob er sich auch aktualisiert wenn wir ein bisschen weiter fahren nicht dass ich den jetzt weg mache ja und dann können wir uns ja schon mal befreien oder so jetzt es war wachsam jetzt haben wir frei das können wir theoretisch auch so schnell fahren wie wir wollen dürfen aber nur 60 jetzt haben wir eine langsam fahrt erwarten also wir quittieren so wir haben auch gleich unseren ersten halt in lehrte 14 4 genau lehrte west der hätte man glaube ich schon längst drüber fahren müssen hier ist 14 6 14 9 oh ist doch schon äh sind wir schon ein bisschen in der verspätung aber wir haben in lehrte auf jeden fall noch ein aufenthalt da steht zum spalte 4 da 12 50 wird sich achtet es nicht unser jetzt dürfen wir 70 fahren sehe ich hier gerade sogar bei den kuchen hier nicht machen ehrlich gesagt hier muss man sich natürlich auch ganz doll konzentrieren wir könnten uns auch noch mal frei quittieren zwölf 6 tür freigabe darum besetzen rotet mannequin das bedeutet nicht andere das war gerade personen reinladen oder gerade person aufnehmen jetzt müssen wir noch mal gucken hier hier sind auch noch mal hektokar hektotafeln heißen ja so ne hektokar hektotafeln meine güte mein deutsch ist in den letzten tagen irgendwie komisch jetzt haben wir hier auch dann 70 km h genau jetzt erst hierbei es muss dann hier auch irgendwo jetzt kommen wir die türen schließen zack nochmal mit post 1 kurz warten und abfahrt sicherheitsfahrschalter wieder drücken es kommt eine ankündigung auf 70 genau es wird hier sender angezeigt sind überhaupt da der richtige bahnhof der richtige fahrplan ja tatsache so schnell 17 0 genau es müsste gleich 80 kommen nach 17 15 können wir dann 80 fahren sender kommt um 22 7 ok 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 den können wir schließen ups nein 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 scheiße aus Versehen die Notbremse reingehauen so nächster bahnhof ist dann sender wir befinden uns gerade bei 17 5 zack ist ganz schön neblig hier eh 14 4 genau oder 14 2 wartet gerade gleich dürfen wir ein bisschen schneller fahren 14 4 genau 14 6 ist wie öPNV simulation schon gesagt hat das ist wie OMSI von der grafik her hui so vom grafikstil finde ich toll nur so macht es richtig spaß es setzt neue grenzen neue dimensionen und alles ist toll wird auch natürlich für die tf ausbildung genutzt ne also nicht schlecht 15 6 dürfen wir gleich in den 120er bereich kommen sende kommt bei 22 7 bei 21 4 kommt ein signal dann müssen wir uns dann ungefähr orientieren wann wir dann bremsen jetzt dürften wir dann gleich auf 120 fahren bei 16 5 und dann 140 soweit können wir dann auch nicht mehr fahren denn bald kommt der sender dann geht das nicht mehr ja 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 es war noch ein bisschen hin aber kann das schon mal aufpassen achten und bei 22 also vier kilometer noch dann ist bahnhof da gerade auch gerade die ganze die leertaste gedrückt weil sonst würde das ganze ip machen und das muss nicht unbedingt sein die ganze fahrt dauert ungefähr 30 40 minuten die gesamtlänge hier beträgt irgendwie so 200 kilometer vielleicht noch ein bisschen mehr es gibt ganz schön viel zum fahren hoch das macht schon spaß also man kann sich richtig schön jetzt hier hinein versetzen ist ein ganz anderer maßstab als bei tsb also hier hier hast du keine großartigen hilfen die ihren sagen was du zu machen hast du musst du wirklich selber hand anlegen jetzt sind wir gerade bei 24 vorbei gefahren jetzt muss ich langsam aufpassen 24 noch mal 28 das muss ich mal so langsam abbremsen sonst fahren wir vorbei 21 21 jetzt müssen wir langsam abbremsen denn der bahnhof kommt gleich 700 meter noch sie musste sich wirklich auf den buch farb dann und deiner den hektob hektotafeln da ähm orientieren und das ist cool bin zwar ein bisschen verspätet aber ich lerne ja auch noch aber perfekt gehalten wirklich das können wir hier das geil einfach geil vor allem auch ohne hilfen alles nur anhand der hektotafeln und hier dem buch fahrplan den elektronischen buch fahrplan der ebola sieben auch gerade wir können 140 fahren sind gerade bei ungefähr kilometer 22 7 und haben jetzt gleich jetzt abfahrt türen schließen natürlich gibt es keine animation dafür wie die türen aufgehen und alles sondern das alles halt nur simuliert so eigen müssen befindet sich bei kilometer 30 2 bei 29 5 kommt noch mal ein signal also ungefähr bei 29 muss ich dann abbremsen wenn wir hier mit 140 tuckern ist dann doch schon ein bisschen hier das muss ich mich dann orientieren aber wir haben ja gesehen hier bei sende wie gut das geklappt hat mit dem abbremsen und alles also bin ich da sehr optimistisch das einzige was ich jetzt in zu sie noch nicht verstehe wie man macht bei einigen fahrplänen steht dass man kopf machen muss dass man dann zurück fährt in der selben tour das habe ich noch nicht ganz verstanden wie man das macht dass man dann in den anderen führerstand dann reingeht und von von dort aus dann auch zurück fährt es steht alles im fahrplan auch so drinnen mit mit einer eins versehen unter klammer dass man machen muss dass man dann den triebwagen wechselt und dann zurück fährt dieselbe strecke das habe ich nicht begriffen wie man das macht ansonsten muss ich versuchen mich hier noch ein bisschen weiter zu konzentrieren 25 23 sind wir jetzt gerade laut dem fahrplan 25 8 also der fahrplan ist schon up to date aber hier vorne gucken ab und zu noch mal ein blick auf den tacho und dann hier 26 4 bei 29 musik abbremsen die hektotafeln sind ausgelegt auf 200 meter also die vier also 0 bis 8 bis 200 meter und dann kommt wieder ein voller betrag also wir 27 8 also ist der nächste dann und 20 0 ein kilometer haben wir noch dann musik abbremsen oder doch ein bisschen früher wir haben rot nein scheiße notbremse sorry ja da muss ich noch ein bisschen üben ich bremse mal runter auf 60 müssen wir ja sowieso wegen der tafel hier einmal quittieren na gut dann sind wir halt ein bisschen und pünktlich aber doch nee es geht 13 4 13 6 naja gut oh gleis wechseln ok warum wir jetzt auf einmal auf dem linken gleis stehen auf dem linken bahnsteig wie sie jetzt nicht es gibt natürlich auch ein chaos modus wo man immer ein bisschen gefordert ist zum beispiel dann dass man mal ein gleis wechseln muss oder so oder störungen gibt dass man dann befehl braucht mit befehl 40 darüber fahren darf und alles sowas gibt es die intensivität hängt davon ab wie weit man den chaos modus angestellt hat so jetzt müssen wir mal gucken wir dürfen fahren jetzt müssen wir aufpassen denn wir haben wechselblinkend jetzt müssen wir mal gucken wieder ob wir dürfen mehr als 20 fahren oder kein herz magnet erleuchtet also dürfen wir uns frei quittieren aber trotzdem haben wir 60 km h fahrt hier vorne haben wir eine überholung nöwa also hier langsam fahrt wir wechseln irgendwo der gleis genau hier fünf kilometer haben wir so noch kurz warten 200 meter wir können losdüsen der nächste bahnhof kommt bei 35 2 ich bin schon ein bisschen früher wegen der länge also bei 34 ungefähr beim signal dann bremsen aber wir dürfen wieder 140 fahren das ist gut ansonsten ist es geil dass man sich so richtig fühlen kann als ob man die tf ausbildung macht und dieses fordernde dieses professionelle das ist genau das richtige für mich 32 muss ich mal langsam abbremsen ansonsten haben wir ein problem obwohl 34 bei 34 muss ja erst ein kilometer noch da muss ich abbremsen an alle, die TF von Beruf sind. Wie macht ihr denn das mit den Hektotafeln, wenn der Ebola mal spinnt oder so und es dunkel ist? Sieht man die dann überhaupt mit dem Licht noch, die Hektotafeln? Eigentlich ja, aber muss er, sonst weiß man ja nicht, wie schnell man fahren kann und so oder wo man jetzt gerade ist. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir sind ein bisschen in der Verspätung durch den Gleiswechsel. Hier haben wir 436. Ja, abbremsen. Da ist der Bahnhof. Ein Kinderwagen. Und... Und... Ach, herrlich. Gefällt mir. Also, kannst du nichts anderes sagen. Es gibt so... Du... Das Ding ist ja auch, du bezahlst ja nur einmal. Du bezahlst einmal für das Spiel oder für den Simulator. Und alles andere ist kostenlos. Die ganzen Strecken, die ganzen Züge, die ganzen Fahrpläne. Und alles auch noch echte, ne? Und auch von verschiedenen Jahren, auch noch von 2019, 2021, 20, 18, 17, 1900 Schießmethod. Das ist schon geil. Und dann auch der Umfang, der Lieferumfang. Und dass du dann die Züge austauschen kannst. Dass du hier zum Beispiel die Strecke auch mit dem Endo fahren kannst. Hier mit einer 1440. Das ist schon... Das ist schon geil. Du kannst hier so viel machen. Und bezahlst du nur einmal. Also das... Ist echt eine starke. Und dass man nicht immer die beste Grafik braucht, ist auch geil. Vor allem auch... Der Simulator ist eigentlich auch für fast... alle PCs auch gedacht. Also man kann schon... mit einem nicht so starken PC das auch spielen. Das ist schon cool. Und halt, wer Omsi liebt, der hat hier auch natürlich seinen Vorteil. Wenn es ein Spiel gibt, hat es so ähnlich aus wie Omsi. Gerade wenn man an diesen ersten Mods für Omsi denkt, mit Züge oder Straßenbahnen. Dann fühlt man sich hier wohl. Man muss natürlich auch ein bisschen Kenntnisse mitbringen. Gerade was Signalkunde und so angeht. Gerade auch mit PCB, ECB und so weiter. Aber ansonsten hast du hier den Spaß. Und man lernt immer noch mit dazu. So, jetzt haben wir das Signal... Jetzt haben wir Aumax 110. Müssen wir aber nicht quittieren, weil es nicht unter 100 ist. Wir quittieren nur Geschwindigkeitsveränderungen unter 100 kmh. Also bis 99 geht halt nur bis 95 wegen na, 5er Schritten und halt gelbe Signale. Jetzt müssen wir auch wieder runter gehen, denn es erwartet uns eine Langsamfahrt von 60 kmh, aber diesmal 40. Diesmal haben wir 40 kmh. Ich denke mal, beim anderen Mal war auch 40. Weiß ich jetzt nicht. Es gibt auch natürlich die Auswertung, dass man eine Auswertung bekommt von seinem Gefahren. Ich glaube, ich bin sogar... Nee, ich bin sogar richtig, also... Kann sein, dass ich ein bisschen zu früh abgebremst habe, denn wir sind erst bei 39,6. Obwohl, geht eigentlich. Ab hier müssen wir ja schon 40 fahren. so alles richtig gemacht. Genau. Jetzt sind wir im 40er Bereich. und damit wären wir dann auch so weit durch mit unserer Fahrt. Hier müssen wir nicht Kopf machen, sondern hier halten wir an und dann ist vorbei. mein allererster Durchlauf auf Screen oder offline, also ohne Aufnahme, ist mir sogar auch passiert, dass ich dann mit meinem Metronom auf einmal ohne Oberleitung da stand. Da bin ich dann wesentlich überhaupt, wie das passiert ist, aber ist dann so passiert, dass ich dann auf einmal auf einer Fahrstrecke war, die keine Oberleitung hat. Ja, dann stehst du da, kannst du nichts machen. So, wir haben Hildesheim Hauptbahnhof. Oh, Scheiße. Genau auf dem letzten Drücker, Notbremse. Aber unser, ähm, ja, unser Haltet, unsere Haltetafel ist aber da vorne. Äh, ja. Ups, kann mal passieren. Damit würde ich mal am Ende sagen, äh, oder würde ich generell sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, für die Interesse. Vielleicht hat es einem auch ja auch gefallen. Es werden definitiv mehr Zusi-Videos auch kommen. Gerade mit LCB und so, mit Rangierfahrten und alles. Ja, also, ist noch ein bisschen was vor uns. Wenn jetzt gleich hier die Türen zugehen und, äh, die Fahrt beendet ist, ist dann dieses Video dann auch vorbei. Oder auch jetzt. Ich sage Tschüss, mach's gut, gute, äh, gute Besorung, bleib dir gesund und dann bis zum nächsten Mal.